Es ist tatsächlich meine erste Ausstellung, ja. Deswegen, ich habe das alles so genutzt, wo ich das gelesen hatte mit Swissphotoclub, dass sie eine Ausstellung machen, wo quasi wirklich mal jeder daran teilnehmen darf. Und dachte ich mir, komm, sind deine drei besten Bilder und wälzt dich einfach mit an. Auch so die ganzen Bilder von den ganzen anderen Fotografen zu sehen, ein Traum. Es ist lustig, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. Also so das Feedback zu sehen, wenn die vor meinem Bild stehen und sagen, boah, ist das geil. Das ist schon, hat was. Ich finde es mega, mega cool. Die Vielfalt, also dass es jetzt nicht nur People Portraits gibt, sondern auch Architektur, Tiere, einfach die Mischung. Ja, ich mag es auf jeden Fall gerne. Ich bin erstaunt, dass wirklich so viele Menschen da sind. Ich finde die Location total schön. Ja, total. Also es ist gut besucht, viele tolle Bilder dabei. Online ist schon mal schön und gut, aber das macht halt auch jeder und das ist auch irgendwie nichts Besonderes. Aber das mal so live sehen zu können, ist schon mal was anderes. Dann müssen wir avec ihr normalerweise aber das mache ich alles. Bis zum nächsten Mal. turn l Uh, Die Greco cup der r Großk! und wir lasst.